Was ist das, was man aufgewachsen ist, wo man sein Umfeld hat? Dort, wo man aufgewachsen ist, wo man sein Umfeld hat. Das sind eigentlich viele Sachen. Der Beruf natürlich, meine Frau, die mir schon 55 Jahre zur Seite steht, die quasi mein geldiger Engel ist. Und das sind alles so glückliche Sachen. Und auch Kinder, die gute Grosskinder, sogar ungrosskinder, die einen glücklich machen. Also besser weiss er im Laden. Die einfach mehr wissen, wie der Berufsmann. Eigentlich nicht. Ich habe höchstens, wenn die Familie irgendwie etwas wäre. Bei mir nicht, nein. Das kenne ich nicht. Meine Frau heiraten. Und das Geschäft übernehmen von den Eltern. Ich habe nie gehört. Ich habe lange Zeit. Ich habe auch nicht, die sind. Ich bin.